Leon, wir haben 39 Freispiele, Alter! 39 Freispiele hat er gegönnt. 30, 30 haben wir auf dem Tacho stehen schon und 39 Freispiele. So, das soll mal einer noch machen, du hier. Ab geht's, jetzt wird Luft geräumt. Na, da haben wir unsere ersten Five of the Kinds. Geiler Scheiß, Leute. Geiler Scheiß. Es gibt nun was hier mit den Pfeifen. Sehr schön. Slot-Freund. Richtig krank. Jetzt geht's richtig los. Da hat noch der Fünfte gefehlt, du ja. Da hat noch der Fünfte gefehlt. Wahnsinn. Na. Gönn doch. Also, zwei hat er mal schon gesammelt, bislang, hier beim Alte Fischermann. Na. Schade. Komm schon. Gönn. Gönn mal wieder. Gut. Noch mal Vierer-Kombi ist jetzt wichtig. Wow. 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 Hätte er nicht noch im Fünfter in die letzte Walze kommen können? Wow, 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 wow. Dazu kann ich nicht mehr sagen. Das war mal ein richtig fetter Win hier. Boah, der hat immer schieres Vollbild verpasst, der. 300 Tacke. Wundervoll. Und das alleine nur in dem einen Bild. Brutal. So, die letzte. 650 immer schon auf der Balance stehe. Und wir haben noch... Wir haben noch über 15 Spins hier in dem Freispiel. Wahnsinn. So was habe ich beim Old Fisherman auch noch nie erlebt. Wirklich. Also 39 Freispiele. Brutal. Brutal. So, die letzte. 8 Spins. Irgendwas muss da noch kommen. Komm schon. Gönn. Na. Vorletzter Spin. Und der letzte. 696 Euro und 60 Cent. Alter Latz. Wahnsinn. Mua. Wir bedanken uns in verschiedenen Formen. Bis zum nächsten Mal.